oh nein nicht dieses kack ding schon wieder ich glaube nicht dass ich da rein will jetzt schon am leiden da geht jetzt schon an ich muss ja ganz ausweichen ja ja ich finde aber auf der karte hier nicht für zum teufel das ganze in der nähe da gerade war dass er dann ja sonst wird vielleicht getroffen sofort wenn du das bohnt also pass auf aber wir sind jetzt spinnen aber das habe ich getroffen gar nicht die deswegen schon wieder wer geht ja schon an bevor wir auch hier in die gegner reingehen manchmal szenarien und aufnehmen also da habe ich übrigens fast getötet der datei und wenn ich nicht wissen wie viel scheinbar bei der macht vor ort da wollte ich ein schadet und glaube ich muss aber war wohl der waffer da ist der waffer ich bin noch nicht bereit ja einfach ausgeschubst ich muss warten ich hab schon gleich keine tränke mehr hier ich bin hier kurz vorm sterben hier ich bin noch nicht bereit ich bin noch nicht es ist einfach an diesen bönen ding sterben der macht aber nicht so viel schaden das freut mich für dich dann natürlich die ganze zeit meine skelette ist ich habe gegen meine one shot bei der ziel der hälfte ab gesehen hat ich muss ich bin noch eingeschaut ich habe mich nicht bewegen ich bin tot weiter kreis hier habe ich dir alle verfehlt da gibt es nicht ich muss ich muss weiße ringe ringe der eine rennt wieder zurück der eine wurde resettet ha das war die vollends nicht ich bin noch nicht er folgt doch nicht mehr von dem daniel wenn das spiel stellt einfach außer der weg ist die scheiße sehen kannst du kannst war kein 3d sehen die gegnern weggerannt und genau in der trie rein gerannt ich war aber gleich alle mit meinen tonstoß er hat sich angesprungen dann aber doch noch mal stimmig mit mausoleum noch ein gegner naja jetzt würde ganz ein paar röhren punkt aber ich auch keine zeit hin zu zwar ballern mit der dinge herum liegt mit den herum pflegt und tötet ich habe gesagt der stein kann hier nicht auf ja ich habe alle zusammengezogen so viele gegner der leichte liegt da voll breitbeinig eben im gesicht auf dem boden nein ich habe keine tränke mehr ich bin noch nicht vielleicht so weit weg ich nehme ich habe ja denke ich muss machen ich kann mich nicht bewegen ich habe meinen Golem getötet ich denke ich denke nicht wir müssen der stein schon hier ich habe mich erwischt ja genauer gleich ist vorhin auch passieren ich war einfach nur ich habe alle gegner zusammengezieht eine sekunde spieler hast du tot was bist du denn da am schreien und hinterher kommt schon für den dann stehen der hat noch mehr als der zu sein jetzt hat er jetzt hast du schaden ich habe immer so vergift ich habe immer so eine vergiftung bleibt irgendwie ja ja ich auch hier noch mal die ganze zeit ich finde dann interessant die meiste zeit finde ich hier gar nicht mit gewissen sterbe weil ihr wirklich nicht mehr ein daneben wir haben ja auch nicht drauf weil erwartet von mir die rente auf die schuhe lebt den hoch wie bei dir die dancing oder dann hat wahrscheinlich keine ahnung wo von der die dancing ist ein film daniel mit petricks werden während man schmutzig ist okay weil ich bescheid wohnung der stadt jetzt vor allem um gefühle auch nicht ablärte ich will ja aufheben kann ich nicht aufgeben genau auf der stimme laufen aber das ding habe ich erledigt das ding hat mich erledigt das folge mein gesicht explodiert ja genau gibt es aber keine was für schlagen hier sind spinnen überall da war sie das ist es nicht wer seine schicht verpasst oder schlangen hier und hier vorsicht also deswegen hast du gesagt schlangen vorhin gesagt hat er gibt sogar keine schlangen schon gewundert von auf dem achte wagen nicht von schwang gesagt diese schlangen haben acht beine ich gehe rein ich gehe rein ich hatte jetzt immer todes zeug ich muss ich komme wie auch war ja das ist denn hier war alles sind zwei schlangen stimmen dämonen die merkwürdige tiere genau naja ich habe keine tränk mehr doch ein habe ich noch zwei habe ich da war auch exklusives das ja das stück kommen ja das stück kommen ja zwei kommen ich kann die nicht beballern sondern gesteckt da ist er ich muss warten ein ereignis ja ich habe glaube ich in dem schreien ja alles klar aber hat der unverwundbarkeit auch nutzen man hat den ganzen auch kein schaden mehr ja dann ist gut sie macht auch kein schaden der wollte aber noch mehr gegner sind nicht mehr und verbunden haben wir kommen jetzt nicht bewegen sind noch ne menge geht da jetzt eine menge geht nach weil na ja ich glaube ich habe aber wird nicht verlebt sich wieder oder vielleicht bin ich ohne dich besser dran sagt nichts dazu ließ noch dem jüngst fischer fortkommt der peter da kommt direkt auf dich zu passern weil auch jetzt machen wir mehr geschehen ich bin ich da im chini während ich dich wieder belebe ich danke der blöden witz auf das ist mal kann ich mich mal bitte nicht bei der wohnschotten sondern ehrlich überlebt er war ganz gut möglich ist eingetroffenen ganz schön gut eine sekunde später angriff gewesen der hat wie ein beserker auf mich eingeprügelt und ich konnte mich nicht bewegen ich hab's nicht gesehen ja toll währenddessen kam der komische stand putz hier auf mich tun wollte mich auch noch beballern der beinahe draufgegangen schon wieder scheinwerfer nehmen wir noch ja nicht nein jetzt nicht mehr haben wir es jetzt wo man auch mal normal ich bin eingefroren nein ich habe ja so ein feuer typ nein der blitzschutz ja ich muss allein gegen den feuertypen kämpfen er kriegt neben lehmend ich kann mich nirgendwo hin bewegen ich bin dran aber ich weiß nicht ob ich das schaffe ich bin da mitten in der gegner oder dann sagen wir noch die wiederbelebungen ja auch ich hatte mich wieder belegen kannst ohne die alle zu triggern so gehen wir weg von mir ich bin sofort eingefroren ja ich kann wie soll ich hier ausweichen die weisen kreise ich bin auch nicht bereit hat man mehr gegner getriggert der eine wollte gerade den boxangriff bei dir machen ich bin einfach überall sein ding ich muss man darüber ist überall so ich habe keine tränke nein er ist auch fast tot eingefroren und dann von dem feuer ich habe keine tränke aber dafür hast du ja nicht da ist der truhe nein auch ein paar tränke schon wieder fünf so warum sind jetzt die menschen da ist ein bacher der muss weg ich muss warten gott ich liebe einfach die meine ultime ist so gut wie kein schaden macht ich muss ich habe keinen trank noch ich bin aufgelaufen ich habe ein paar gegner mit mir genau ich habe meine tränke wieder bekommen ich bin noch nicht eben das war eine eignet verflugte truhe dieser verflugte truhe ich kann mich schon wieder nicht bewegen ich muss warten ja ich glaube ich habe ich glaube ich habe den angst gesehen der wir gerade gemeint hat ja genau das meine ich ich war gerade von drei ja ja ich muss was er betreibt da nicht ich glaube der ist mir hinterher gerade hat mich dabei verprügelt ich bin tot er hat mich irgendwie gekillt ich habe mich doch gerade geheilt bevor der mich angegriffen hat oder zurückgegangen es gibt noch so viel ich kann ich auch haben ja nein mein todstoß da kommen ja nein nicht durch dass du bist gleich weg aber so gut wie tot er nimmt euch irgendwas schaden ich weiß nicht aber jetzt gestorben wir haben noch eine wiederbelebung jetzt musst du dich ein bisschen mehr anstrengen ich hatte keine dinge ich habe keine tränke es gibt ja gar nicht die schulter ich muss ich musste einfach ich habe gedacht mein todstoß wäre genug aber nein ja ich sehe übrigens irgendwas gold ist auf der karte ich gerne kurz den und holen obwohl ich weiß dass legendär ist gedroppt hat heiliges was ja noch hier ist wahrscheinlich wieder voll da war nicht hauen aber nicht hauen kommt von der anderen das ist schon wieder kann welche geht auf den goal los ich werde ich irgendwann getroffen vergiftet dann nehme ich einfach die helfe meiner ap schaden ich kann mich schon nirgendwo hinbewegen ich kann mich an den da ran schon wieder was legen der ist heilige ich muss man kann er sich auch noch teleportieren zum treibenden ich bin noch nicht leid das eis ne ich bin noch gar nicht aufgefallen ein trank zweitren kann ich noch was haben wir hier noch schlagen der schlangen spinnen delphine ich habe gesagt eine ding voll ausgebendet ja da war eine truhe deswegen ist das so zerstört den tals man das augen ich muss ich muss diesen tank da ja aktivieren ich habe keine tränke mehr oder irgendwie dort da war eine falle da hat es wieder auf dem abstehen ich will mich doch nur heilen ich habe keine ich bin sowas von tot tank wir wünschen nicht ob die sogar an ich kann da nicht mehr ran ich kann da nicht mehr ran ich muss warten aber dann war es gleich für mich ich bin wohl dran gehört ja damit danke da ist aber der ja ich habe keine der blau die 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 oder die die wieder da ist der waffe ist klar der ganze lecker ich bin noch nicht bereit ich bin leicht wird doch mal weg ich kann auch nicht ich bin jetzt auch gleich ich kann ich kann dir nicht entkommen zwei von ihnen sind weg gerannt ich habe diese wehrwerk gerannt aber wir sind aber ich glaube dass mich doch mal in ruhe ich kann auch nicht wieder leben dann nicht versuch ich kann ich habe keine tränke mehr dann werden ja ich kann ja nirgendwo hin die sind viel schneller als ich dann bis zum eingang zum ausgang ich nicht hin gar nicht sind tot ja ich bin tot wisse jetzt darf man nicht mehr sterben kann auch nichts geben die machen da muss man überhaupt überlebt ich glaube wir müssen noch gar nicht bekämpfen weiß ich nicht du willst ja auch mit den tränken haben ja zweit mehr hallo der kauf 2 aber an traur gott auch gott kann mich nicht bewegen aber ich bin noch nicht ich bin eingefroren warum bringt doch weniger schaden nehmen während ich meine ultimate habe warum bringt das so richtig gar nicht gehen gehen sie weg nein ich brauche nicht hauen ich bin von roten kreis den weißen reingesprungen ich muss warten bei der gegner die sind abgauen auch 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 ich muss warten 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 ich muss das so schwer alter das ist noch level 1 für sich ne ja irgendwie schon ja 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 ich bin noch nicht bereit ich bin noch nicht bereit das letzte denken muss man danach noch hin ich nehme an da kommt ja direkt schon der der boss ist oder so von dem ort ja so ein andermal ok heute haben wir ja noch ja 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 ich ja 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 ich ja ja was ja vielleicht mal ganz erledigen der schlicht mich schon wieder aber nicht schlagen nicht ein heiliges schwert der war irgendwie komisch jetzt hier das finale auf einmal war die barriere da ja weil ich das ding kaputt gemacht habe ich doch wir müssen die gegner erledigen ja ich auch gedacht hört auf mir goldene sachen zu geben die 800 punkte stärker sind als man jetzt denn da werden wir jetzt schwierig hier aber wir haben es geschafft ja ich bin auch ganz okay das war so unglaublich unnötig schwer ich glaube davon wird es noch sehr viel mehr gehe also sei beruhigt ob die du wieso gerade ob irgendwie noch so ein weltboss ist irgendwie sollte nur so legions dinger weil wir haben auch noch nicht gemacht hier so ein weltboss normal sage auch mal coole sachen aber wenn auch so die letzten 20 minuten so machen aber ich weiß nicht was dann schon schaffen bestimmt nicht mehr ich weiß nicht so lebt vor der musik im untergrund sagen wir mal noch ein paar grausige gaben nämlich an keine ahnung und holen noch was vom räumchen ab keine ahnung und das wüsste ich jetzt nicht kann man ja sachen reparieren aber wird schon passen da ist gleich mal ein paar grauen punkte ausgehen wo gehen wir in den schicklichkeit war schon geschicklichkeit aber widerstand gegen kälte da ist gleich mal ein bisschen gehen soll das sind ja denn ja bis zu sachen am operieren oder so ja natürlich warum vielleicht bin ich ja noch so ein ich freue mich mein vetter gegen gleich wenn ich erinnere und schreien oder so wenn ich ja es kaputt reiten muss schatzkoppeln ich bin noch nicht bereit ich wollte mal platt stiefel heilige ich muss warten ok der hat sich so gemacht vielleicht hat er bei der ort gedroppt ich weiß nicht wir sind ja auch da würde ich bleibe der drop dann auch da am boden anscheinend nicht sagen wir mal ein paar dinge ein und muss auch immer das hier ist irgendwo ist ja was anscheinend macht gerade pause da müssen wir ganze menge hier hoch level ein bisschen einfacher zu haben so der fall zu sein aber hey so alt rum dann schon zu level 21 bis 24 schaffen war er hat gerade so ein bisschen einfacher werden ja da war 21 ist ja irgendwie schön ich wollte vor deiner spur der verwüstungen sind überall so seelen zum einsammeln da bist du da oben hingegangen ist aber ich habe auch gerade gedacht dass sie ein bisschen verdächtig ausschreien keine ahnung was er macht aber manchmal ich habe eine idee ja da muss man vielleicht davor beten das weiß ich zu schätzen großartige für den laufzeit auf ein paar kommen jetzt mal worte helft demütig machtlos weil ich wissen ja seid gegrüßt nicht weitergehen gut gemacht muss man dort mit den jüngern machen erhalte seine barriere die eingehenden schaden absorbiert einfach nur hilfe bitten ja also aber er hat auch was gefunden dann aber ist noch kurzzeitig immer wenn wir dann auch nie benutzen und nicht naja jetzt ist mal was damit aus hat ja ja aber nicht markiert auf der karte lassen hat schon ein bisschen da oben ist ein schatzgoblin daniel denn siehst du von hier aus der ist auch nicht versetzt mörder pass auf da gab es schon einer ja oder wo ist er denn da wo bin ich hergeblieben 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 ich hatte aber einfacher zu erledigen irgendwie weniger ausgehalten vermächtliche goldene sachen ich muss warten ich schaue mich einfach mal hier um herstöcke gebt uns noch gaben irgendwie kriegt gar nichts mehr von denen irgendwie ist meine leiste der ich bin noch nicht bereit normalerweise steht ja immer wie viel man schon hat steht bei mir gar nicht mehr wir sind ja übelst viele hier ich habe ein bisschen mehr durch die gegend damit ja ich glaube aber nichts mehr mit den gaben wer jetzt erst an schreien gewinnen findet gewinnen alles klar drei schreie auf einmal ich mache Zeit um das zu tun ja das ereignisse kann man auch machen ich sage ich auch gab also nicht hoher gefunden ich brauche mehr zeit naja explodiert ich will noch nicht mal gegen euch kämpfen jetzt habe ich 100 jährlich dabei wird der beiden gar nicht mal angezeigt hier auf der karte weil du aus dem gebiet brauchst du es nämlich mal ich bin noch eher wenn man ja gar nicht wieder rum nummer ist normalerweise steht da immer auf der karte so du hast gerade noch so viel grausige gaben oder sowas ist gar nicht bei mir das war das machen nach wie man hoher alters von ich dachte wenn schreien wenn ich so rote und schwarze farben sehe ich bin noch nicht im leben und tod habe ich schon wieder getäuscht ich wollte durch die weltgeschichte auf der suche nach und schreien das muss jetzt unbedingt sein ich bin noch nicht bereit wir sollten ja für lorde haben schreien gefunden dabei war keine schreien hat sie aus wie zum schreiben von so einem anderen typen das walter sie wohnen ja da war ich doch hat neue nicht ohne mich anfangen schon wieder weg da bin ich gerade lang gelaufen dann geben wir euch blut das habe ich auch machen was machen wir bei er will nicht nur auf sich ein daschen ich muss man das ich bin noch nicht so wie sich lebens bei alles überwegen wenn ich hier alle ramme ich bin nicht bereit jetzt habe ich ein von zehn jetzt wird mir hat angezeigt was hat das jetzt cool okay